Frau Dr. Funke ist nicht da! Wirklich? Frau Dr. Funke? Hallo? Hören Sie, ich darf Ihnen niemanden reinlassen, also verschwinden Sie! Sie stecken hinter den ganzen Anschlägen, Frau Dr. Funke. Sie haben nur darauf gewartet, dass Sie das Haus verlässt, damit Sie in aller Ruhe an die Juwelen rankommen. Jetzt tun Sie nicht so! Das war ein Jahr, denn Sie haben auch bereits proprietary, Sie haben nur klein, aber nicht der Ruhe im Kopf. Sie haben nur noch nie, aber ich habe nicht so! Wir müssen die Ruhe! Wir müssen die Ruhe! Gut, wir müssen die Ruhe! Wir müssen Sie etwa! Untertitelung des ZDF, 2020